Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Call of Duty Ghosts und wir müssen schwimmen, ja, wir sind nämlich hier unter Wasser und hier sind, oh, ja, okay, wir müssen direkt ein bisschen rumballern. Ja, wir haben ja das letzte Mal hier aufgehört, wo wir die Feinde abschießen müssen, oh, und ich sinke etwas zu weit nach unten, jetzt etwas zu weit nach oben, oh, hi, ein paar Kugeln gefälligst. So, jetzt geht's aber, ja, wir müssen ein feindliches, nein, was willst du, geh weg, eh, ja, hab ich, alter Schwede, die sind ganz schön hartnäckig hier, ja, wir müssen ein feindliches Schiff ausschalten. Ja, äh, Sauerstoff ist super. Gut, dann schwimmen wir jetzt langsam hier durch. Okay, irgendwie habe ich ein unwohlenes Gefühl dabei, ich denke, da wird irgendwas schief gehen. Was ist das? Ach, okay, wir sind schon fast durch, aber was machen die da oben? Da ist es. Scalecraw, wir haben das Ziel, wir sind hier, Stapler haben verkossen. Der Empfang, starke Suname in eurem Bereich. Dieser Wassertruck könnte tödliche Auswirkungen haben. Halte die Flaschen oben und den Kopf unten. Nein. Okay. Was ist denn das? Aha. Oh. Da sind dann wohl ein paar Ölfässer. Drücken Sie umschalten, um schnell zu schwimmen. Okay. Da müsste ich jetzt... Was ist denn das? Okay, die greifen uns irgendwie anscheinend an. Aber wir können nichts machen. Okay, in den Leuchtturm schwimmen. Alter Schwede, wenn die jetzt machen, dann haben sie uns. Was ist denn das? Da ist es! Achte auf mich! Okay, Photovakete ist online. Oh. Wir haben nur einen Versuch, das Schiff zu starten. Okay, ich würde sagen... Ich ächne sie auf, so lebt sie. Feuere! Okay, ich glaube, ich... Okay, hier hin. Okay, wir haben zwar getroffen... Aber wir haben auch den Leuchtturm, wo wir drinnen waren. Ein bisschen kaputt gemacht. Oh, habe ich gar nicht gesehen. Ich musste Knöpfe drucken. Okay. Okay. Ich drück schon so schnell, ich kann. Puh. Ältere Schwede. Komm, verschwinden wir. Okay. Ja, wir müssen jetzt erstmal so schnell hier wirklich abhauen. Da kommt ja das kleine Schiff. Alter Schwede. Auch ein paar Autos, ein LKW. Da oben. Oh, U-Boote. Und wir werden beschossen. Oh mein Gott, da kommt noch mehr. Alter Schwede, wie viel halten die denn aus? Okay, unser Wasser kämpfen ist schon ein bisschen schwerer. Wo sind noch mehr? Da oben. Okay, jetzt müssen wir aufpassen. Ja, nur das. Ja, okay. Nochmal. Platt machen. Das Zielen ist hier ein bisschen schwer. Beziehungsweise das Treffen, das Zielen an sich geht. Komm her. Komm, 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 komm. Ich seh dich. So. Oh, da kommen ja immer wieder neue. Wieso hast du die denn alle? Der ist tot, ne? Ja, der ist tot. Gut. Ich glaub... Okay, wir haben es immer noch nicht geschafft. Okay, ins Schiff. Gut, gut, gut. Ich will ja nicht von hinten abgeschossen werden. Ja, schwimm schnell, Junge. Schwimm. Ah, der will nicht mehr schnell schwimmen irgendwie. Doch. Sollten. Ja, ich guck mich schon um. Ja, fällt nur ein bisschen auseinander hier aber. Ansonsten sicher. Okay, dann können wir ja sicher durchschwimmen. Oh, scheiße. Ruhig. Wenn du sie siehst, ist das ein gutes Zeichen. Hoffentlich haben sie keinen Hunger mehr. Ja, ich denke nicht. Die sind ja eigentlich ganz friedlich, ne? Das sieht nicht gut aus. Wir müssen nacheinander ein. Ich gehe voran. Okay, dann schwimm los. Bleib hier und gib mir Deckung. Hoffen wir mal, dass sie nichts machen. Schau, denk dran. Langsam und auf Abstand bleiben. Verdammt, sie ist loken! Ah, natürlich muss der uns angreifen. Was? Ach, wir sind tot. Langsam und auf Abstand bleiben. Okay, wir müssen... Okay, wir müssen da irgendwie aufpassen. Der Haie erwischen soll mir jedes Mal. Vor allem, warum greift der mich ein? Langsam und auf Abstand bleiben. Ja, ja, einfach durchschwimmen. Versuche, ihre Bewegung vorauszahmen. Los jetzt! Das sind Viecher. Wie soll ich wissen, was die machen? Okay, die schießen anscheinend wieder mit Bomben auf uns. Durch die Loge. Los! Ja, ja, ja. Du schwimmst doch vorne. Ich folge dir doch nur. Ja, total sicher, diese Geräusche. Klingt überhaupt nicht beunruhigend. Wem sagst du das? Die Vögel sind jetzt startklar. Am grünes Licht für Phase 2. Verstanden. 6 zu Ende. Und bei allem hing Rourke über mir wie eine schwarze Wolke. Wir hatten eine Bohrinsel zerstört. Eine ganze Flotte weggelockt. Einen Zerstörer versenkt. Doch da war diese eine Frage. Wo ist Rourke? Hier. Vor uns. Er ist wirklich so gut wie ein Geist. Aber was war jetzt mit ihm? Da war etwas in dieser Fabrik. Und die Föderation wollte nicht, dass wir es sahen. Doch wir waren gerade dabei herauszufinden, was es war. Zwei Falle kommen unterhalb. Okay, jetzt dürfen wir wieder durch den Dschungel kriechen. Okay, jetzt kommen wir wieder zurück. Fein Sturzangriff. Ja, das machen wir doch gerne. Ja, da ist jemand anscheinend wütend. Okay, den darf ich platt machen. Dann haben wir eine Pistole. Ja. Ja, den mache ich platt. So. Tschüss, mein Freund. Okay, dann müssen wir jetzt die Fabrik infiltrieren. Okay, schön abwarten, was die da jetzt machen. Okay, schießen. Ja, ich habe alle Seiten. Ich habe einen zu dem Tor. Okay, das ging jetzt ziemlich schnell. Ich dachte, den anderen kriege ich auch noch. Aber die Jungs sind schneller als ich. Augenhaufen halten. Kick, was machen die Kameras? Merrick, in der nächsten Zone sind viele Ziele. Kein großer Vorteil. Dann schaffen wir uns einen Vorteil. Mehrere Wege aufteilen. Hier alles sichern. Los. Okay, dann müssen wir uns jetzt wo aufteilen. Aber der Kieger hockt ja einfach nur so rum. Und ich weiß nicht, wohin. Ich sehe nur einen Weg. Und der hier geht nicht. Warte, ich gehe nochmal. Nee, ich weiß jetzt nicht, wohin die uns schicken wollen. Ja, ist schön hier. Willst du die Tür nicht aufmachen? Warte, ich gucke mal, ob ich untenrum vielleicht komme. Ich sehe da nämlich nur einen Weg. Ja, hier ist auch alles völlig zugestellt. Da kommt man jetzt nicht unbedingt durch. Ich denke schon, dass wir obenrum müssen. Nur weiß ich nicht wo. Oder ich sehe es einfach nicht. Hier ist jetzt auch kein Schalter, den wir drücken müssten. Der will uns auch irgendwie nicht da durchlassen. Über den drüber klettern können wir auch nicht. Ich würde sagen, wir machen jetzt hier erstmal eine kleine Pause. Und machen das dann in der nächsten Folge. Dann hoffe ich sehr, dass euch diese Folge gefallen hat. Und dass wir uns dann wiedersehen werden. Und sage dann Tschüss.